Ich wünsche dem Lentos Kunstmuseum alles Gute zum 10. Geburtstag. Also ich bin ja kein heuriger Hase mehr und habe relativ viele Ausstellungen gemacht. Also nicht nur in Österreich, sondern auch Nordamerika, Südamerika, Japan. Und ich bin also wahnsinnig gerne im Lentos Kunstmuseum. Das hat aber auch damit zu tun, dass das Lentos Kunstmuseum sich in dieser österreichischen Kunstlandschaft oder auch überhaupt Museumslandschaft wahnsinnig toll behauptet und hat auch trotz des schwierigen Standes, nicht im Wasserkopf zu sein, der Republik, hat also einfach enorme Leistungen vollbracht und extrem interessante Ausstellungen und Veranstaltungen vollführt. Ich denke auch an das Kulturhauptstadtjahr. Und ich habe also die besten Erinnerungen und die besten Erfahrungen und hoffentlich auch noch in der Zukunft auch noch einmal irgendwas zu erwarten. Arbeite total gern mit dem Lentos und das ist ein tolles Museum.